Ah ja, der nächste kommt, der ist ein fettes Bodybuilder. Mal schauen, was er machen will. Interessantes. Ah, da ist er. Komm rein! Hey, Sali Darko! Sind wir jetzt endlich so weit? Hey, Sali Mike, hoi. Ich bin gerade so weit. Etwas Kleines, hast du gesagt? Wolltest du am Unterarm, oder? Ja genau, hier am Unterarm. Mit dem Bauwerkstaben des Schätzli. Hat ja genug Platz, so breit wie ich bin, oder? Okay, okay. Alles klar. Gut, darfst du hier mal Platz nehmen? Ich mach noch schnell die Nadel bereit. Also gut. Zuerst du, ist aber eindeutig zu klein für mich hier. Ich so ein Reis wie ein Bär. Also du, sag dir mal Darko, tut das weh? Und dein Ernst. So ein riesiger Typ und fragt wegen Schmerzen. Tut doch eh nicht weh. Komm jetzt. Lassen wir los, hauen wir rein. Komm. Au, Mami! Pause! Pause! Schmerzen! Zigi! 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 Vielen Dank.